Hallo ihr lieben Leute da draußen, heute wieder am Starttomat, meine Wenigkeit. Diesmal aber mit einem etwas anderen Format. Und zwar dachte ich mir, wir starten mal eine kleine Kreativrunde. Und zwar auf... Ah, zerkliftet, okay. Und zwar auf einem Flachland. Okay, auch interessant. Ähm... Ich kopiere das Ganze mal. Mal gucken, was wir hier so für eine schöne Welt kreieren können. So, da und da. Mal hier eine 4, hier eine 5 und hier eine 6 draus. Das hat doch was. Wenn das jetzt funktioniert, dann wäre ich glücklich. Ja, im Kreativmodus Cheats sind an, Bauwerke generieren, keine Anlassen. Das denke ich, nicht gerade so abwegig. Ja, dann würde ich sagen, erstellen wir die Welt. Auf geht's. Wie ihr schon gesehen habt, im Einzelspieler natürlich erstmal. Vielleicht kommen halt später nochmal welche dazu. Also mit welcher meine ich. Freunde. Und Minecraft hat sich geschlossen. Hm. Nett. Egal, das bleibt in der Aufnahme drin. Während ich Minecraft gerade neu starte. Und jetzt die Aufnahme wieder läuft. Habe ich nicht viel zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ich warte mal kurz, bis sich das hier alles eingepegelt hat. Ich teleportiere mich dann auch gleich zu 0,0. Ähm. Ja. Ich dachte mir, wir machen ein kleines neues Spaßprojekt daraus. Ähm. Ich baue jetzt am Anfang erstmal irgendwas, was mich gerade interessiert. Wo ich gerade irgendwie Lust drauf habe. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass ihr dann in den Kommentaren schreibt, was ihr gerne haben möchtet. Und ich darauf eingehe und dann entsprechend... Ähm. Ja. Erstmal schön... Ähm. Ja. Dann bauen wir das, was ihr gerne möchtet. So. Kreativmodus für die, die es nicht kennen. Was eigentlich nicht so der Fall sein sollte. Im Kreativmodus hat man alle Blöcke zur Verfügung. Außer einen... Außer einen und einige spezielle. Ich sag mit Absicht einen und einige spezielle. Weil die speziellen sind halt... Keine direkten Blöcke. Sondern halt immer Abarten von Blöcken. Zum Beispiel... Ähm. Ich glaube die 90 war es. Genau. Zum Beispiel der Portalblock. Denn wie ihr seht, der ist ein halber Block. Wenn man ihn setzt. Ja. Sowas hat man zum Beispiel nicht. Ähm. Ich würde jetzt gerne mal kurz eine Sache wissen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie viele Schichten das jetzt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Ah, okay. Also das Doppelte von dem, was ich eingegeben hatte. Ah ja. Jetzt verstehe ich auch das Mal. So und so. Okay, das macht schon Sinn. Ähm. Und wenn man die... Also ich hab's bei mir jedenfalls eingestellt, dass es die mittlere Maustaste ist, wenn man die drückt. Also das Mausrad selbst. Ähm. Dass der Block, den man anguckt, äh, unten in die ID-Liste reingetragen wird. So viel erstmal dazu. Ähm. Es gibt einiges an neuen Blöcken, jetzt in der 179, zum Beispiel die gefärbten Ton, Akazien und Schwarzeichenholz, den Heublock, Kohleblock, Packeis, ja Packeis, das ist etwas anders als normales Eis. Das kann man nämlich irgendwie gewinnen. Ich weiß aber jetzt grad nicht mehr wie. Und, ja. Pozol? Cool. Sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Okay. Ja, ich denke wir werden mit dem Projekt doch einiges an Spaß haben. Ähm. Ja, mit was fangen wir mal an? Gute Frage, ich bin eigentlich unvorbereitet hier reingegangen, in die Aufnahme eigentlich ein bisschen blöd. Ich bin jemand, der gerne mit Redstone rumexperimentiert. Und hab da schon so das ein oder andere Ding gebaut, allerdings jetzt nichts großartig tolles oder so. Sondern eher so, ja, mal ein bisschen rumexperimentiert. Ähm. Im Grundlegenden kenne ich mich auch etwas mit den Command-Blocks aus, die etliche neue Befehle dazu bekommen haben, die man hier einfach eintragen kann. Und es gibt auch einige neue Befehle jetzt in der 179, oder beziehungsweise im Laufe der 179er-Reihe gab's neue Befehle. Den Summon-Befehl, zum Beispiel Slash Summon Falling Sand, wenn mich nicht alles täuscht. Equal Quo-Quier, da-da-da. In der Höhe von 3 mal 2 weiter nördlich. Da. Da war er kurz. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm, der hat jetzt keine ID bekommen, daher ist das Ganze jetzt, ähm, ja, einfach despawned. So, ich kann auch einfach stellen. Äh, ich stell die Musik jetzt mal leiser. Die gibt mir jetzt nämlich gerade auf den Ohren tierisch auf die Nerven. Wobei, warte, ich kann die eigentlich direkt leiser stellen. Das ist, denke ich, besser. Ah, viel besser, angenehmer. Ruhiger, leiser. Äh, ja. Wir haben jetzt sieben Minuten um und ich hab eigentlich die ganze Zeit nur Müll gequatscht und nichts gemacht. Ähm, wie wär's denn, wenn wir uns anfangen? Äh, anfangen mit, mit, mit... Müssen Dekoobjekte? Ja, Dekoobjekte, genau. Hier gibt's Teppiche, nämlich. Ich hab irgendwie ein Fehlbeentwickelt für die Türkisfarbe, weil ich die total geil finde. Ähm, und zwar mit Teppichen kann man eine sehr interessante Sache machen. Ich werd mal... Da ist ein Slime, wie süß. Äh, ich werd mal kurz einen kleinen Torbogen bauen. Und zwar machen wir mal... Können wir jetzt gleich mal in Richtung Burg gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich mag eigentlich Bogen total gerne. Äh, den gemeißelten. Und Steinziege nochmal. Noch was? Erstmal nicht. Wir machen mal eine Viererbreite. Ähm. Hala. So, so. Zack, zack. Aber halt, ein zu viel. Mal diesen. Ja, kann man nach drunter durchlaufen. Super. So, dann. So. Ne, Quatsch. Moment, so rum. Und so rum. Und dann verbinden wir das Ganze hier mit nochmal. Zack, zack. So, dann können wir hier noch was machen. Ähm. Zum Beispiel so. Die Mauer geht ja dann hier noch rum. Mal schauen. Und ich würde hier gerne noch ein kleines Experiment, sag ich jetzt mal, machen. Und zwar habe ich etwas von, was sehr, sehr interessantes, also aus meiner Perspektive jedenfalls sehr interessantes, ähm, über die neue, ähm, über die neue KI der Monster erfahren. Denn, wie ihr wisst, seit einiger Zeit, ähm, sind diese so programmiert, dass sie ja nicht mehr in Schluchten reinlaufen. Weiß nicht, der eine oder andere mag es vielleicht noch von früher kennen. Äh, Creeper sind früher immer in Schluchten reingelaufen, wenn sie auf euch zugelaufen sind. Das Ganze wurde jetzt hingegen allerdings seit etlichen Versionen schon entfernt, sodass sie jetzt schlau sind und um diese Dinger herumlaufen, beziehungsweise halt, äh, gegebenenfalls auch mal hüpfen. Allerdings, äh, hat das auch, ähm, sehr interessante Folgen, denn ich weiß nicht, wer es entdeckt hat, aber man kann, äh, seitdem es Teppiche gibt, dafür sorgen, dass man offene Türen total Mob-Proof hat, sprich, es kommen keine Monster durch, beziehungsweise sie gehen nicht durch, jedenfalls nicht freiwillig. Es gibt Ausnahmen, denn zum Beispiel Spinnen, die können ja, äh, den Sprungangriff machen und der ist eben eine solche Ausnahme, denn er greift, naja, Spinnen springen halt trotzdem, egal, ob ihr vor einem Abgrund steht oder dahinter oder sonst wo, ähm, angreifen tun sie trotzdem. Wenn sie diesen Sprungangriff allerdings machen, habt ihr mehr oder weniger ein kleines Problem, denn, ja, sie landen halt, und das hier merke ich gerade, war ein Fehler, ähm, landen halt, sie greifen welche dann an und landen halt auf dem, was ich jetzt gerade baue, hinterher drauf und das ist nicht von Vorteil, denn dann greifen sie halt trotzdem weiter an. Denn, wie ihr seht, man kann auf Schildern Teppiche platzieren, denn Teppiche können auf, hoppala, auf allen soliden Sachen platziert werden, beziehungsweise halt generell auf irgendetwas drauf. Äh, das hat natürlich enorme Vorteile, wie ihr seht, ich kann ja einfach drauf laufen. Monster hingegen sehen die Teppiche nicht als Objekte an, sondern als Luft. Sprich, ähm, sie sehen hier Luft und greifen deswegen nicht weiter an. Und warum? Weil die KI so programmiert ist, dass sie nicht auf Luft laufen. Wie ich das schon angemerkt hatte. Das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteile, man kann dadurch auf jeden Fall Monster eindämmen. Nachteile wüsste ich jetzt gerade nicht. Die würden sich aber, denke ich, irgendwann auch noch kristallisieren und zeigen. Auf jeden Fall finde ich das erstmal eine sehr interessante Geschichte. Also ich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht direkt erwartet. Ist schon mal was ganz Geiles. Vor allen Dingen kann man das echt extrem gut zum Vorteil nutzen, denn man kann es so groß bauen, wie man möchte. Ich kann das auch kurz zeigen, ähm, mag natürlich der einen oder anderen jetzt nicht glauben. Deswegen möchte ich hier kurz das machen, aber ich möchte jetzt ungern in den Survival-Modus gehen. Weil ich ein Talent habe zu sterben. Wenn ich jetzt hier... Okay, es wurde gefixt. Schade. Oder es wurde noch gar nicht eingebaut. Naja gut, es soll vorkommen. Ich hatte es nämlich schon mal... Okay, dann war es also die Pre-Release-Version. Okay, dann wird es wahrscheinlich in eine 1.8 reinkommen oder eventuell auch gleich gefixt werden. Weil normalerweise sollten die hier nicht drüber laufen können. Aber nun gut. Fail! Yeah. Egal. Es geht ja eigentlich nur ums Bauen, also nicht um irgendwelche nützlichen Infos machen. Zack. Äh. Na, das wollte ich jetzt nicht machen. Das ist jetzt nicht viel drin. Super. Ähm. Die baue ich dann jetzt noch kurz ab. Zack, zack. Dann können die weg. Auf jeden Fall sind die Teppiche eine extrem geile Neuerung. Ist jedenfalls meine Ansicht. Denn man kann dadurch echt schöne Objekte bauen. Und ich lasse die Schilder und die Teppiche jetzt eigentlich nur da, weil... Ja. Einfach, weil ich jetzt keine Lust habe, die neu abzubauen und wieder hinzusetzen. Weil den Teppich wollte ich ohnehin bauen. Nun gut. Äh. Wir haben jetzt knapp 13 Minuten. Etwas weniger. Nebenbei gesagt, für die, die es eventuell interessieren sollte, könnte oder wird, was auch immer. Ähm. Das ist jetzt der Versuch Nummer 7, glaube ich, den ich jetzt für diese einzelne Aufnahme mache. Denn ich hatte vorher wieder das gute alte bekannte Problem aus einigen Parts davor. Ich hatte 7 Frames pro Sekunde. Ist natürlich... Warum brennt er nicht? Natürlich nicht sonderlich schön. Wie ihr euch sicherlich denken könnt. Denn, ähm... 7 Frames pro Sekunde, das will sich keiner antun. Weder beim Spielen, noch beim Zugucken. Und dementsprechend, ja, war es nicht sonderlich schön. Ich hab einfach mein PC neu gestartet und dann ging's. Dann... Hatte sich das behoben. Also für den Fall, dass ihr mal Frame-Probleme habt. Frame? Ähm... Neustart könnte helfen. Neustart könnte helfen. Also, hat's bei mir zumindest. Allerdings würde ich jetzt doch nochmal gerne eine Sache ausprobieren. Ich würde gerne mal wissen, ob das einfach nur vielleicht an der Höhe gelegen hat. Oder ob's wirklich daran gelegen hat, dass es nicht irgendwie reingepatcht wurde, bis jetzt. Oder ob's überhaupt noch reingepatcht wurde. Ist ja, wie gesagt, fraglich. Ich... Ich nehm jetzt mal kurz den weißen Teppich und schilder. So. So, die Höhe ist jetzt deutlich höher, als da unten gerade eben war. Und hier setze ich jetzt mal kurz einfach Sand... äh, Erde hin. Vielleicht mag der eine oder andere mir das ja auch in den Kommentaren schreiben, was hier dran jetzt genau falsch ist. Eventuell ist ja Konstruktionsfehler oder halt, wie gesagt, nicht reingepatcht bis jetzt. Das kann auch sein. Wobei kann das sein? Weiß ich gar nicht. Vielleicht auch Teppich über Teppich oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging's ja gerade nicht. Äh, habt ihr gesehen. So, wo haben wir denn die Villager? Hier haben wir einen Villager und hier haben wir einen Zombey. Weil nicht runter. Äh, da, 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 da. So, voilà. Night. So. Gib ihn runter. Die Sterb runter. Los. Hop. 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 Hab ich gesagt. So. Es lag also wirklich an der Höhe. Sehr lustig. Ich kann jetzt hier noch einen Villager spawnen und noch einen. Und der Zombie greift die einfach nicht an. Er versucht es, aber er kommt nicht rüber. Also es lag wirklich nur an der Höhe. Also wurde es doch reingepatcht, wusste ich es doch. Okay, so gesehen werde ich dann jetzt kurz die Tür überarbeiten. Kleinen Moment bitte. So, bauen wir uns dann mal hier einfach mal kurz bis zum Bedrock runter. Das sollte glaube ich reichen als Distanz. Das sind ja glaube ich knapp 20 Blöcke, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Allerdings, ich kenne halt nicht wirklich viele neue Befehle. Das liegt daran, weil ich mich dann einfach noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Deshalb verzeiht mir, weil sie jetzt hier irgendwie was zeigen könnte. Beziehungsweise, weil sie gerne was sehen wollt. Wovon ich jetzt allerdings gerade keine Ahnung habe. Ihr könnt wirklich, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ich so gerne alles bauen soll. Also ich denke schon, dass das Format durchaus Zukunft hat. Es ist ein sehr interessantes und auch vor allen Dingen ein sehr user-angelehntes Format. Und ja, auf jeden Fall gern, ähm, ja. Also der Partner liegt sich jetzt auch gerade am Ende. Ähm, ich habe heute mal keine Stoppe gestellt, weil mein iPod hat einige Probleme. Den muss ich vielleicht irgendwann mal in die Reparatur bringen, wenn ich das mir leisten kann. Oder ich lasse ihn halt einfach so, wie er ist. Weil irgendwas stimmt mit der Batterie nicht ganz. Da ist irgendein Fehler. Der sagt mir nämlich immer irgendwie einen Temperaturfehler an. Allerdings, ähm, wie beschreibe ich das jetzt in aller Feinfühligkeit? Er ist eiskalt. Also, da ist nichts mit, er ist zu warm oder so. Und da steht, dass er erst abkühlen muss, da die Temperatur zu hoch ist. Was natürlich, wie gerade eben schon gesagt, totaler Schwachsinn ist. Ja, wie dem auch sei. Ähm, der Partner liegt sich gerade am Ende. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch gleich. Ähm, längst baue ich hier kurz nach hoch. So, Buch gebaut. Das reiße ich jetzt noch kurz ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns halt im nächsten Part gleich wieder. Also, demnächst bald, irgendwann. Das sieht ja lustig aus. Fällt alles miteinander runter. Ja. Ähm, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Äh, liebend gerne könnt ihr Kommentare und Kritik da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und, ähm, ja. Ihr könnt den Part gern bewerten. Auf jeden Fall auch abonnieren, für den Fall, dass ihr keine Folgen weiter verpassen wollt. Ähm, könnt auch gerne meine anderen Let's Plays schauen. Und, ja. Wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Und bis dahin. Peace out.